Was geht ab, Leute? Und willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 zu Phantom Pain. Aber immer doch. So, stürmen wir den Berg hier hoch. Nimm noch Pflanzen mit. Weiß gar nicht, warum immer nur sieben Schuss hier drin sind und wir eine mal nachladen. Hat bestimmt auch so seinen Hintergrund. Da spielst du voll Easter Eggs. Da höre ich irgendwas piepen. Terroradler. Volltreffer. Den holen wir raus. Hoffentlich wird das nicht gesehen. Für die Tiere. Da haben wir so einen schönen Adler bei Mother Base rumfliegen. Der kann dann alle Möhren, äh, Möwen zerpicken. Möhren. Keine Möwen, nur noch Adler. Oh, vorsichtig. Der leuchtet ja komplett den Berg ab. Was ein Arschloch. Satelliten-Dings-Booms. Den sollte ich eigentlich treffen können. Boah! Ey, dafür brauche ich ja longest Headshot ever mit dem Ding. Da ist ja noch einer, den wollte ich gar nicht haben. So, der geht jetzt um die Ecke und sieht ihn. Hoffentlich nicht. Das ist hoch, oder? Finden wir es heraus. Nee. Piep, 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 piep. Den Typen konnte ich nicht gebrauchen. Wer hätte so... Oh. Ups. Da hätte er in die Hose gehen können. Hätte jetzt nicht gedacht, dass der so nah ist. Kann ich nicht gebrauchen. Ja, der hat mir die Kommandozentrale preisgegeben. Schön. Geh nur hin. Kann man denn nie was wissen, ey? Siehst du mit deinen Stats aus. Beschissen. Dafür, dass er aber so gut gekleidet ist, finde ich. Geht ja mal gar nicht. Da habt ihr einen Kameraden. Wäre lustig, wenn hier jemand drin gewesen wäre. Eine Kassette. Pint eliminiert. What the hell? Ein Gefangener. Holen wir raus. Und dreh dich um. Hands up. Hands up. Hier müsst ihr irgendwie auch schon Fulten machen können. Cool. Sehr gut. Eins von sieben erledigt. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Das stimmt wohl. Das stimmt auch. Wir sollen wirklich vorsichtig sein, was wir machen. Ich will nicht jedes Haus checken, aber müssen wir auch gar nicht. Cool. Wusste gar nicht, dass ich die Markierung gesetzt habe. Der hat uns gesagt, wo die Kommandozentrale ist. Wahrscheinlich hier. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Schritte von da oben. Alles zu. Was ein Arsch. Genau ins Gesicht. Auch noch richtig schlecht. Auch noch richtig schlecht. Ja. Gefangene. Danke dafür. Die reden über uns. Fick dich! Ha! War das nicht geil? Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Wunderschön, so würde ich es sehen. Ich bin dabei. War das nicht geil? Einfach durchs Fenster. Kommt doch jetzt kein Sandsturm auf, oder? Da kommt irgendein Arsch. Äh, äh. Mach nur Krach. So ein Kack. Läuft. Ohne Reflex wäre ich aufgeschmissen. Ja, tritt auch noch daneben. Oh, cool. Ein Spezialist. Zwei sogar. Oh, die sind am Arsch der Welt, die drei. Ich muss aber immer noch den Kommando ausfindig machen, ne? Eliminieren Sie den obersten und alle Panzer. Boah, das sind sogar drei Panzer, wenn ich nur einen davon kapern könnte. Drei Posten auf einmal. Interessant. Scheiße, ich seh da nix. Das ist schlecht. Gut, 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 gut. Und du willst doch sicher auch noch dahin gehen. Gut. Nein, ich will wirklich runter. Wirklich, wirklich, wirklich. Können die wenigstens was? Die sind alle mega schlecht hier. Mega schlecht. Die wissen eigentlich alle nix. Wirklich, wirklich, wirklich. Kann keinen davon gebrauchen. So. Schön. Endlich. Sanitätshaus ist in Lisa. So, dann werden wir mal schauen. Dann werden wir mal schauen. Einen Spezialisten haben wir da vorne. Schön markiert. Piep, 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 piep. Irgendwer hat mich gesehen, gehört, aufgeschnappt. Ich weiß nicht. Oh, ich höre den Final Countdown. Hä, knatsch, knatsch, knatsch. Boah, schnell nach oben. Leck mich. Hast mich nicht gesehen. Auf den Boden. Holen wir uns die geile Kassette. Die Musik kommt von hier oben irgendwie. Wo ich absolut nicht hinkomme. Doch. Yes. The Final Countdown. Mehr 80er geht echt nicht. Mann, jetzt habe ich schon alles durchkämmt, aber ich habe immer noch keinen Commander gefunden. Das ist die größte Hütte, die ich gesehen habe bisher. Da haben wir auch auf jeden Fall noch was. So, den Spezialisten. Den habe ich ausgeknipst, oder? Aber noch nicht rausgeholt. Wer zum Teufel soll denn davon der Spezialist sein? Oh, der war. Ich finde die alle kacke. Wenn die Spezialisten sein sollen, sind die aber richtig scheiße. Wo fahren eigentlich die Tanks lang? Die hauen mir irgendwann ab, oder? Wehe, die hauen mir ab. Das wäre richtig scheiße. Ich habe noch nicht mal den Commander gefunden. Brauche ich nicht. War das nicht mal stylisch? Das heißt, wenn ich versuchen würde, die jetzt einzuholen, würde ich es nicht mal schaffen. So, wo ist der Affe? Hier wird mir gar nichts mehr angezeigt. Habe ich alle ausgeknipst? Oh, oh, der rennt mir genau da hoch, der Penner. Ja, es blinkt schon. Oh, geh, rennt schnell hin. Und jetzt habe ich gleich einen Massaker hier. Schön. Au, 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 au. Einer Penner nur noch. Ein Gefangener. Nicht wirklich. Okay. Haben wir, haben wir, haben wir. Oh, hier ist kein Kommandant. Da sind die Tanks. Mit dem Kommandanten wahrscheinlich drin. Ja, das kann ich vergessen. Ich kann kein Helikopter anfordern. Ich muss da so schnell hin wie möglich. Wie dumm ist das denn, bitteschön? Lassen wir noch nicht mal Zeit hier rumzulaufen, bis ich die Tanks erledigt habe. Boah, ist dort eine halbe Ewigkeit, bis ich da ankomme. Dios! Treuer Begleiter, komm mit. Noch stehen die da rum. 1,5 Kilometer mit dem Hängen. Uh. Oh, da sitzt der dämliche Commander tatsächlich. In einer der Panzer. Wird schwer. Ich hätte mich hinter den Schleichen sollen. C4 dran packen sollen, dann wäre gut gewesen. Kann man das C4 nicht eigentlich werfen? Das wäre richtig genial. Ne, kann man leider nicht. Esel, ich habe leider keine Zeit für dich. Sorry. Total in Eile. Boah, das ist eine dämliche Scheißstellung. Da muss ich mal einfach so dran vorbei. Stealth! Das nenne ich Stealth. Andere Seite. Ihr trefft mich nicht, weil ihr Arschlöcher seid. Hahaha. Nein. Noch mehr Sicherheitsmaßnahmen. Ja. Ja. Das ist wieder ein Kontrollpunkt. Ich kann... Ich... Boah. Ich könnte brechen. Den kann ich sowas von nicht gebrauchen. Ja. Hey, ja. Ja. Ein Sandsturm. Der könnte mir helfen, ehrlich gesagt. Boah, ich reite genau rein, ohne irgendwas zu sehen, ey. Stehen wir mal hier ab. Oh, ich weiß, wo wir sind. Das ist genau da, wo wir... ...Honeybee gefunden haben. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ich habe die Phantom-Zigarre immer noch nicht. Der läuft da tatsächlich rum. Einfach so. Ich kann nicht scannen. Natürlich nicht. Ich kann den immer noch nicht scannen. What the fuck? Ich weiß gar nicht, warum der hier rumschleicht. Ich versuche, den mal von hinten anzugreifen. Mit dem Granatenwerfer. Oh, wa. Der ist... What the fuck? Bleib da einfach mal stehen. Dafür, dass er es ist, ist aber wirklich schlecht. Der ist brav. Oh, oh. Die Tanks, die stehen hier richtig beschissen gerade. Und der gehört uns. Muss die Tanks ausknipsen. Hä? Scheiße, ich muss den ausknipsen. Ich habe nichts. Oh Gott. Oh my fucking God. Oh, mein Gott. Und der Tank steht immer noch. Ich lache mich kaputt. Oh, oh. Oh, wow. Erledigt. Komplett erledigt. Ich kann es nicht glauben. Probieren wir es nochmal. Wir schaffen das. Wir holen uns die Tanks. Auf geht's. Uns refresher. Ich kann es nicht glauben. Für uns meine Nase legal.